Herzlich Willkommen zu ChatGPT Vision. Diese Funktion ist jetzt neuerdings auch in Deutschland verfügbar und jeder der ein Pluskonto hat, der sollte darauf zugreifen können. Wir befinden uns hier gerade auf meinem Smartphone in der ChatGPT App. Das Ganze läuft auf iOS und ja, da ist das Feature eben auch vorhanden. Hier habe ich ein Foto von einer Pflanze in unserer Wohnung gemacht und einfach mal gefragt, um welche Pflanze es sich handelt. Und das ist direkt auch eins mit der stärksten Features. Das gibt uns hier auf jeden Fall die richtige Antwort. Und das richtig starke ist natürlich, dass wir auch Folgefragen stellen können. Hier habe ich ihn gebeten, mir die Pflegehinweise zu nennen. Und ihr seht, hier werden sie direkt schön aufgelistet. Ja und so kann man eben super schnelle Informationen über Dinge erfahren, von denen man keine Ahnung hat. Ich habe auch gestern Abend schon ein bisschen damit rumgespielt und hier sind einige Ergebnisse. So, als erstes habe ich ihn gefragt, welche Serie wir gerade gucken. Ja, da konnte er mir nicht antworten. Dann hat er gesagt, dass er keinen Zugriff auf aktuelle TV-Serien hat. Aber ihr kennt sicher die Serie, also schreibt es in die Kommentare. So, dann habe ich es nochmal probiert und gefragt, was siehst du? Die Antwort war, ich sehe ein Bild von einem Polizisten, der sich einem Individuum nähert, das in einem urbanen Umfeld mit vielen Zelten und persönlichen Gegenständen steht. Es scheint eine Art improvisiertes Lager oder ein obdachlosen Lager zu sein. Ja und das ist schon meiner Meinung nach sehr stark. Als nächstes habe ich ihn gefragt, was er auf dem selbst gemalten Bild sieht. Die Antwort, ich sehe ein handgemaltes Bild, das eine nächtliche Schneelandschaft darstellt. Der Himmel ist mit blauen und weißen Streifen und kleinen weißen Punkten gefüllt, die möglicherweise Schneeflocken oder Sterne darstellen. Es gibt auch einen gelben Kreis, der den Mond darstellen könnte. Im unteren Teil des Bildes gibt es eine Hügellandschaft und Bäume, die wie Tannen aussehen. Es sieht so aus, als ob der Künstler Aquarellfarben oder eine ähnliche Technik verwendet hat. Es ist ein ruhiges und stimmungsvolles Bild. Ja, meiner Meinung nach kann man das Bild nicht besser beschreiben. Dann habe ich ihn zu diesem Bild gefragt und ja, hat er richtig erkannt. Dann habe ich ihn gefragt, fällt dir etwas Besonderes auf? Dann sagt Chachipiti, ja, das Bild hat einen sehr atmosphärischen und mystischen Charakter. Die Kombination des weiblichen Gesichts mit den Rosen und dem gealterten oder verwitterten Effekt erzeugt ein Gefühl der Vergänglichkeit und Schönheit. Die dunkle Farbpalette verleiht dem Bild eine geheimnisvolle und möglicherweise melancholische Stimmung. Die Art, wie die Rosen das Gesicht teilweise bedecken, könnte Symbolik oder eine tiefere Bedeutung haben, je nach Interpretation des Betrachters. Es ist ein beeindruckendes und nachdenklich stimmendes Bild. Also ihr seht, Chachipiti kann mittlerweile wirklich erkennen, welche Emotionen ein Bild vermitteln möchte. Es ist schon extrem krass. So, in diesem Teil werden wir schauen, ob Chachipiti deine Hausaufgaben erledigen kann. Dafür haben wir hier auf gute Frage jemanden, der seine Hausaufgaben hochgeladen hat, mit Aufgaben. Okay, er hat mir gesagt, die Qualität sei zu schlecht, deshalb habe ich jetzt die Bilder mal runtergeladen und werde das jetzt mal so probieren. Und man kann auch mehrere Bilder hochladen, was sehr cool ist. Kontrolliere die Hausaufgaben. Oh, jetzt läuft er hier sogar parallel. So, also kontrolliere die Hausaufgaben ist jetzt nicht der richtige Prompt. Wir müssen einfach sagen, löse die Aufgaben. Er zieht auf jeden Fall die richtige Formel aus dem Dokument. Ja, also was direkt auffällt, ist, dass es relativ langsam arbeitet. Genau, die Aufgabe 1 hat er dann dementsprechend richtig. Ich finde es auch schön, dass er jeden Schritt, den er macht, auch erklärt. Okay, hier hat er sich ein bisschen verdaddelt. Ja, vielleicht liegt es an der Handschrift. Ich kann es nicht genau sagen. So, hier haben wir ein Foto aus einem Mathebuch. Da mache ich jetzt auch einfach einen Screenshot und lade den hoch. Ich sage jetzt hier einfach, löse Runde 2. Also mit einer Fotografie aus einem Buch scheint es nochmal besser zu funktionieren. Also hier sind die Ergebnisse und ja, ich finde es sehr schön übersichtlich aufgebaut. Und ja, jetzt ist einfach nur noch die Frage, wann Kontaktlinsen mit der Vision-Funktion rauskommen und die Schüler sind gut. So, für den nächsten Test nehmen wir jetzt einfach mal eine zentrale Prüfung, wieder von MagdaLiebMatte. Das habe ich ja schon mal getestet mit ChatGPT und verschiedenen Tools. ChatGPT konnte beim letzten Test keine Bilder aus dieser PDF interpretieren. Und das kann er auf jeden Fall jetzt. Und genau, das ist sehr stark. So, dann machen wir das gleiche noch schnell für Prüfungsteil 2. So, hier sehen wir das Ergebnis. Also die Becher sind auf jeden Fall richtig. Und ich finde auch allgemein, die Auflistung, wie es ChatGPT macht, ist sehr schön gestaltet. Wer möchte, kann gerne die Ergebnisse kontrollieren. So, den Teil hatte ich komplett nicht aufgenommen versehentlich. Ich fasse es einfach kurz zusammen. Ich habe die Diagramme getestet. Einmal die Einwohner, je Arzt und Zahnarzt. Genau, dann habe ich ihm gesagt, erkläre mir das Diagramm. Und ja, das hat er sehr gut aufgelistet. ChatGPT hat dann dieses Fazit daraus gezogen. Insgesamt deutet das Diagramm darauf hin, dass die medizinische Versorgung in Bezug auf die Anzahl der Ärzte und Zahnärzte im Verhältnis zur Bevölkerung in Deutschland von 1970 bis 2003 zugenommen hat. Das ist richtig. Dann habe ich hier gefragt, erkläre mir diese Grafik. Und ja, dann listet ihr das gut auf. Ich habe getestet, ob man Fragen zu dem Bild stellen kann. Und ja, da müsst ihr euch spezifisch auf das Bild beziehen. Sonst gibt ihr euch das Wissen aus der Datenbank. Seht ihr hier. Hier habe ich es dann geändert. Auf was gehört auf dem Bild alles zur Fußmuskulatur. Und dann bezieht er sich auf das Bild. Wichtig zu erwähnen ist auch, dass man hier den Prompt dann nicht mehr ändern kann, wie man es zum Beispiel hier bei einem reinen Textprompt machen kann. Das heißt, ihr müsst das Bild immer wieder neu hochladen. Genau, und dann hatte ich ihn gefragt, ob er mir diese Muskeln auf dem Bild markieren kann. Das geht nicht. Aber er sagt ja dann, wo man welchen Muskel findet. Genau, als nächstes habe ich dann probiert, anhand der Wahlergebnisse von Bayern und Hessen eine Prognose für die nächsten Wahlen in Deutschland zu geben. Genau, dann analysiert er diese Ergebnisse und ja, dann habe ich ihm hier noch die Gewinne und Verluste gegeben. Genau, dann hat er hier unten die Zusammenfassung. Die Union könnte ihre Position stärken oder stabil halten. Die Grünen könnten in einigen Regionen an Unterstützung verlieren. AfD zeigt in beiden Bundesländern Wachstum und könnte auch auf Bundesebene stärker werden. SPD und andere etablierte Parteien könnten weiterhin an Boden verlieren. Und dann natürlich auch der Disclaimer, dass es nur Prognosen sind und diese mit Vorsicht zu genießen sind. Ja, aber ich finde das Ergebnis bezogen auf die Diagramme und Grafiken sehr gut. So, jetzt möchte ich, dass ChatGPT mein Thumbnail und Titel für eines der letzten Videos bewertet. Da bin ich jetzt mal gespannt, was er dazu sagt. Gut, also ihm gefällt's. Ja, und das kann wirklich eine hilfreiche Funktion sein. Ich werde wahrscheinlich dann nochmal irgendwann die ganzen Thumbnails überarbeiten. Ja, und jetzt frage ich ihn einfach mal, wie ein Thumbnail für dieses Video aussehen könnte. Und ja, das werdet ihr dann entweder angeklickt haben oder nicht. So, ich frage ihn jetzt, wie könnte ein Thumbnail und Titel aussehen, das verschiedene Funktionen von ChatGPT Vision darstellt. Ich stelle mir einen Prompt für Dolly 3. So, er hat mir hier einen Prompt gegeben und den werde ich jetzt einfach mal in Dolly 3 testen. So, ich nehme jetzt einfach mal das hier als Grundlage und werde das hier noch ein bisschen abändern. Also, ihr seht, man kann ChatGPT auch sehr gut für Beurteilungen nutzen. Mein Fazit ist, es ist ein extrem starkes Feature. Ich finde es sehr stark, dass es auf dem Smartphone verfügbar ist. Und ja, so kannst du überall dir deine Meinung einholen, dich über Dinge informieren und dir Tipps und Ratschläge geben lassen und so weiter. Also, meiner Meinung nach eins der stärksten Features, die es derzeit gibt. Und das wirft ChatGPT wieder weit vor andere Plattformen. Falls du noch eine Community für künstliche Intelligenz suchst, komm gerne auf den Künstliche Intelligenz Deutschland Discord. Da können wir uns gerne über solche Themen wie ChatGPT Vision austauschen. Ansonsten wieder vielen Dank fürs Zusehen und wir sehen uns im nächsten Video. Ciao.